So, willkommen zurück. Es geht weiter. Ich wollte es eigentlich total ernst drüber bringen und dann so trocken. Hat nicht geklappt. Liebe Community, wir sind hier wieder bei Shrine 2. Wir waren eine ganze Zeit weg. Ich habe gerade mal geschaut. Der 25.01.2012 war der letzte Aufnahmetag, also so roughly two months ago. Ja, aber jetzt sind wir wieder hier mit dem lieben Melf. Hallo Melf. Bist du erkältet, Melf? Du hörst dich so erkältet an. Ja, das ist aufgefallen. Ja, ich bin erkältet. Aber obwohl ich krankgeschrieben bin, opfer ich mich natürlich für die Arbeit, die am schlechtesten bin hatte. Genau, richtig. Der Pinguin ist auch wieder dabei. Hallo Pinguin. Ja, hallo. Warum spielst du keine anderen Let's Plays mehr Pinguin, möchte die Community wissen. Ja, das möchte ich auf jeden Fall wissen. Da kam erstaunlicherweise wenig in den zwei Monaten, von wegen jede Woche und so. Ja, ich meine, wir sind ja schwer beschäftigte Männer und müssen uns halt immer zusammenfinden. Aber wir brauchen auf jeden Fall wieder ein Single-Let's Play für dich. Das habe ich ja gerade schon mal kurz angesprochen. Im Separee und da muss uns die Community helfen. Naja, bevor ich hier irgendwie an einer Klatsche bekomme und der Typ mir die ganze Zeit reinlabert, keine Ahnung, was der hier will. Irgendwas mit Amadeus. Gehen wir mal weiter. Linksrum oder rechtsrum? Ich befürchte linksrum. Ich befürchte, hier waren wir schon mal. Keine Ahnung. Wir sind auch alle weitergekommen außer der Zauberer. Ich habe von der Community, ähm, ich habe aber schon den Tipp bekommen, dass ich mich selber kisten kann. Wie geht denn das noch mal? Nein, 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 nein. Ich habe eine viel einfachere Lösung für die... Also, ja, nehmen wir erst mal diese Kiste, um wieder hochzukommen. Das wäre doch verdammt. Jetzt pass mal auf, ich habe mir nämlich was überlegt in den zwei Monaten. Ist ja nicht so, dass wir die Monate nicht nutzen würden. Wir brauchen die Pause ja auch. Ja. Also, das war jetzt zum Beispiel nicht den Plan. Kann das mal eine anhalten? Ne, ich kann es auch. So, warte. So, hier, komm mal rauf. Einer noch vielleicht. Ja, beide natürlich, wie gewünscht. Und guck mal, du kannst auch eine Planke unten an diese Pfeile daran hängen. Warte, warte, warte. Da müsst ihr aber ausbalancieren, während ich planke. Oh. Ach Gott, das soll der Wäsche machen. Ne, das ist... Ich müsste schon... Ja, die habe ich gerade schon gemacht. Aber du verstehst was... Geh doch einfach auf das Blatt da unten. Da hast du gechillte Zeit. Warte, warte, warte. Oh, Entschuldigung. So meinst du? Das hält da nicht, das hält da nicht. Doch, das kann... Ne, warte, komm mal hier hin. Nein, nicht hier drauf. Du hast mit irgendwelchen fremden Leuten gespielt. Nein, das habe ich mir selbst überlegt. Da reinhängen, siehst du? Ja, aber der Meld lügt ja immer. Ja, das hast du irgendwo aus einem verdammten Walkthrough oder so. Ja, den ich selbst geschrieben habe. Oh, ich bin tot. Gut, dann macht man ohne. Danke. Ja. Da oben ist irgendeine Blase. Schieß da mal drauf, Steven. Das sind ein bisschen Wassereffekte, die ich gerade mal wieder nicht miterleben darf. Nein. Wassereffekte. Wie habe ich das zwei Monate lang gemacht? Die Frage ist, was sollen wir mit dem Wasser... Naja. Ich habe ja Journey gespielt. Habe ich irgendwann schon mal gesagt, dass dieses Spiel echt schön aussieht? Ja. Aber Journey sieht auch ganz schön aus, aber ich habe ja das Intro gespielt. Äh? Hat doch quasi nur ein Intro. Ich meine, das ist doch... Na egal. Ja, ich habe irgendwann aufgehört. Also ich hatte das... Ach, ist auch egal. Ich wollte das nicht hier am Rechner spielen. Habe meine Playstation dann einen großen Au-Au-Au-Fernseher angeschlossen. Oh. Wir sollten vielleicht auch wieder konzentrieren. Also sind doch in gleicher Form wie damals. Sie sind keinen Tag älter geworden. Geht doch gar nicht. Was machst du? Wie schwingst du dich jetzt an die Unterseite? Ich habe sie hier rübergezogen, damit sich das so dreht. Ah, die ist noch da. Achtung. Nein. Warte, 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 warte. Ich mache genau denselben Move wie gerade. Ja. Ihr müsst dann auch schon ausbalancieren. Das Ding steht da doch noch. Ach mal hier. Du brauchst die Move gar nicht machen. Stimmt. Ach so, rechts. Brauchen deine, bearbeite ich es. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen die ganze Zeit gar nicht auf, aber wir nehmen doch auf. Oh, wie kann man da jedes Mal reinzweig mit dem Blatt. Ich bin krank. Ich finde es auch unverschämt, dass ihr mich auf so ein gefährliches Abenteuer mitnehmen, obwohl ich krank bin. Und krank gespielt. Beschwer mich bei der Gewerkschaft, war ehrlich. So, jetzt nichts über Journey und irgendwelche Fernseher, sondern Konzentration. Nee, ich gehe jetzt auch immer darauf ein, dass bei Just Gaming wird man absolut ausgebeult. Man muss arbeiten, ob man kann oder nicht. Ich glaube, man braucht hier ein Schild von dem. Du bist unsere letzte Chance. Oh, das ist nicht gut. Oh nein, Gegner. Ich höre Gegner. Ah ja, hier bist du schon mal rausgegangen. Ich entsinne mich. Kein Problem. Kannst du dich einfach noch irgendwie vorrushen bis zum Checkpoint oder so? Ja, wenn da Gegner sind, wird es nicht so leicht. Ja, da sind Gegner und dann ist das noch so Laserblume. Keine Ahnung. Oh, das sind eine Menge Gegner. Oh Gott. Aber zum Glück haben wir ja in die sinnlosen Eisfile investiert. Die bringen dann jetzt tatsächlich was. Die sind echt gut, ne? Ich glaube, du hättest nur noch einen Pfeil aus. Oh, wir haben sogar einen Levelausstieg. Während Melv, äh, während Pinguin sich da jetzt durchkämpft, werde ich mit eine weitere Planke hier. Ich habe totale Panik, da jetzt reinzuspringen, ey. Oh, die Pfeile bleiben in den Fass stecken. Alter, wo ist da mal der Safepunkt? Da kommt einfach keiner. Doch, doch, da unten ist einer. Rechts, rechts unten ist einer. Das ist eine Walle. Du kannst ja nicht irgendwas verplaschen. Doch, warte, ich geh nochmal zurück. Da oben. Hängel dich da hoch. Nein, 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 nein. Nein. Er hat auch verdient da rumwitschend, mal ehrlich. Okay, jetzt aber wirklich Angst wieder. Das kann ja nichts angehen. Wir haben so lange irgendwie nichts gemacht. Und dann machen wir hier nur die ersten zwei Minuten. Das ist auch nicht. Ich bin zurück. Pinguin macht aber auch so, dass wir, äh. Ah, nein. Warte, 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 warte. Nein. Okay, wir warten auf Melf. Wir brauchen ihn gleich, wenn diese komischen Gegner kommen. Ah, ich bin wichtig. Bleiben die nicht dort? Ach so, wie die Planke auch hängen bleibt. Ein Problem, ich bin doch professionell. Alter, hab ich gerade das Wasser aus? Ich wollte gerade sagen. Äh, wartet mal, Jungs. Ich komme gleich wieder. Nützt dir gar nichts, wenn die Kamera nicht mitkommt. Da kann das gar keiner mitbekommen. Ähm, Cheetah, er läuft natürlich durch. So bin ich. Oh, ich dachte, ich dachte wirklich, ich wäre du. Er bodyblockte uns auch. Das ist... Feminin in Form der Powerhouse ist mir aber auch schon immer dauer aufgestoßen. Ich glaube, ich hab ihm jetzt Leben verloren. Das war so ein Mirror, Erich. Nein, du hast dich geblockt, Alter. Du hast dich geblockt, du. Dick, Dick, Kopf. Binguin, der Klo hat uns nicht. Nein, nein. Einem, oh Gott. Das ist eine Wolle. Die Physikmechanik mit dem Schwingen. Boah, das ist total unrealistisch. Das können wir jetzt nicht bringen. So, Achtung. Doch, nach zwei Monaten haben wir endlich mal wieder eine Folge. Bleiben wir einfach da stehen, wo wir schon vorhelfen. So, das ist es hier. Unser Motto ist ja von Gamern für Gamern und nicht von motorisch gestört und für motorisch gestört oder so. Deswegen müssen wir das jetzt hinbekommen. Also eins, zwei, drei. Ja, das hier spielen wir heute um, bei der Casual-Fraktion. Oh, das ist... Um M-Prox noch ein bisschen aufzustoßen. Ich glaube, du brauchst einfach die Aggression. Definitiv. So. Wir sind durch, zu zweit. Oh Mist. Achtung. Hier, komm. War das nicht mal aufteilen im Box? Du machst Casual und ich mach Core und dann haben wir sozusagen immer... Ich bin eher Core. Nein, nein, nein. Nein. Nein, du Monster. Nein. Alter, ist das hier jetzt... Alter, geschickt. Ich weiß nicht, ob das jetzt sau fies oder sau intelligent war. Das war so eine Random-Planke, die einfach mal Sinn hat, so irgendwie. Da glitzert es, das heißt, wir brauchen Wasser. Wasser? Ich bin dabei. Gerade! Nein, das mache ich mit meinem Schild. Das war gar kein Problem. Nein! Hätte er das gemacht? Ich weiß es nicht. Lauf mal durch die Schuhe. Ich hole ihn wieder, ja. Ich habe viel, viel, viel verloren in diesen zwei Monaten. So. Oh, hier ist ein Gegner in der Box. Ich halte dir vor dem Leib. Du kannst inzwischen... Ich schiefe sie nach oben. Ja, das ist eine sinnvolle Sache. Ich schieße mal von hier hinten drauf, vielleicht treffe ich was. Ne, warte. Oh, da oben. Da oben. Ich... Boah, das sage ich nicht laut. Kann er nicht mit, ne? Weil ich hier so... Ach, die Starist. Artist. Ach so, ich kann auch nicht erleben. Ach man, Aua. Das funktioniert. Das funktioniert. Nur um ins Kopf, das ist super. Das funktioniert. Guck mal, mit meiner Plank habe ich das gemacht. Wow. Ein Blalter. Also, M-Pox hat meine Intelligenz, ich kann ja nicht mal mit Sätze formulieren, irgendwie absorbiert irgendwie. Wie soll ich da denn rüberkommen? Ich muss das jetzt... Warte mal, warte mal, warte mal. Ganz, ganz kurz. Also, die Community hat mir gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass ich mich aufkisten kisten kann. Nein, kann man nicht. Doch. Ich kann es doch auch nicht. Doch, 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 doch. Warte. Das geht irgendwie. Aber was ich kann, das solltest du dir auf dem VR angucken. Warum mache ich es nicht eigentlich von Anfang an den? Das Blatt ist total unnütz. Liebe Community, warum kann ich mich nicht selber kisten? Da braucht man, glaube ich, Feingefühle oder so. Nein. Oh, nee, ja, dann ist es lieber. Die haben irgendwie gesagt, zwei... Aus aus meiner Wasseranlation. Das ist für mich... Zwei Kisten reichen auch einfach, ob da rüber zu springen. Also, wenn wir noch ein bisschen dran holen. Das sind übrigens schon... Das wurde gepatcht. Wir schieben, dass du hier an den Chaos stiftest. So, hier geht es links rüber, glaube ich. Komm aber nicht. Nein, da war ich. Da ist nichts. Keine Ahnung, wofür das Blatt gut ist. Ja, aber das haben wir doch gerade mit dem Wasser, der vom Brunnen der Ewigkeit dahinten irgendwie herzutzt. Ja, dann kommt mal zu mir, Nasenlöcher, wollte ich schon sagen. Ich bin echt erkältet. Ich denke nur noch an Nasen und... Kann man mal hier jetzt den Stein da einschlagen oder so? Warte, ich kann den Stein wegrollen. Oh, wow, wow, wow. So weit ist es wieder drauf. Ich muss wieder hoch. Das stimmt, da sind da. Das geht. Alter, lass mich aus. Ach. Ah. Ist das einfach so rum? Endprofessor, es geht doch hier rechts. Es geht doch hier rechts. Ja, aber hier gibt es so Kram. Alleine Schnecke. So was zum Einsamen. Moment. Ah. Lass diese Schnecke in Ruhe. Erf mein Hammer rein. Ich kann nicht erwarten. Ich komme nicht nach. Verdammt. Hat irgendjemand die Zeit gestoppt? Äh, nein. Ich habe nicht mal den Typen da gerade zugehört. Und ich hänge hier im Rest. Wie haben wir denn ungefähr so? In etwa. Also so lange da gerade so unprofessionell. 30 Minuten. Ihr müsst nochmal zurückkommen. Ich mache einfach mal eine Stoppuhr und wir sagen, ab jetzt geht dieser Part noch. Was sagen wir? Pinguin darf entscheiden, der ist der Jüngste. Ich habe keinen blassen Schimmer. 10. Ihr müsst hier nochmal zurückkommen. Noch 10 Minuten. 10 Minuten klingt gut. Wir können auch einfach sagen, nach gerade mal zwei Monaten Pause, machen wir einfach mal eine ganz extra kurze Folge. Oh, ich bin plötzlich hier. Das war eine Combo. Wie das war. Komm, du spinn mal rein. Wenn Impox nicht dabei ist. Oh, ich habe hier unten was kaputt gemacht. Das nutze ich mal aus, ja? Das ist ein bisschen Totenkopf. Alter, Jungs, komm mal runter zu mir. Hier geht es ab. Oh, hier stirbt man. Unten ist noch ganz viel, Jungs. Vielleicht sollten wir da noch mal. Ah, da oben ist aber auch was. Was ist denn unten, Melf? Auf jeden Fall eine Schatztroh, da bin ich tot. Oh, Schatztroh, komm, wir gehen runter. Oh, der. Ach, du bist tot. Links, links, links. Links, ja, ja, klar. Ich habe auch gar nur eine Falle. Ach, hier unten? Nee, hier. Aber achten, dass irgendwas tödlich ist. Au, 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 au. Werft da mal eine Kiste rein, vielleicht. Du wirst es mich warnen können. Warte mal, das ist ein Schalter. Wir müssen irgendwie diesen Schalter betätigen, ohne zu krepieren. Wie geht das denn? Wo ist ein Schalter? Da, wo die Kiste steht. Wir hatten da eine Kiste hingestellt. Ich versuch's mal. Ach, da. Wie drückt man nochmal Schalter? Nee, das kann ich. Mit E. Mit E, aber so lange überlebst du ja gar nicht. Ah. Was zur Hölle? Macht dieser Schalter da? Muss man das irgendwie ausstellen können? Aber wie kriegt man diesen Dampf da weg? Guck mal, da rechts ist doch so eine, äh, links ist doch so ein Dampfbeschleuniger. Das ist überhaupt, hä? Seck mal, so, jetzt hast du meine Leiche schön beerdigt. Fall für den Magier. Können wir diesen Schalter da nicht irgendwie umlenken? Doch, drehen. Ey, da ist ja ein Geist. Ach, jetzt bist du. Du bist ein Geist. Hinter den Spinnenweben. Warte mal, ich versuch's einfach mal kurz mit der Kamikaze-Methode, dass ich einfach mal kurz hier auf die Kiste... Alter, du bist, nein, 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 du bist der Letzte. Ach wohl, der Scham... Ja, warte, ist ja egal. Checkpoint ist ja... Das noch. Nee, das... Achso. Nee, okay, hat nicht funktioniert. Nee. Wollen wir es noch aufkommen? Aber hier ist so eine Kiste, steht mal runter hier, nachdem, was das bringt. Ach, das sieht ja irgendwie... Hat man eine Kiste... Oh. Geht denn da runter und räumt da mal auf. Kann man hier nicht irgendwas... Ich bin noch ein Zauberer. Moment, Moment, passt gut auf. Wie willst du denn das machen? Keine Ahnung, aber du drückst mich mit der Kiste. Warte, ich mach dir den Weg frei. Also ich weiß nicht. Drück... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, schlechte Idee, schlechte Idee. Soll ich dir hier so eine... Ah, das wäre auch cool. Komm, ich versuch's. Hey, hoch, hoch. Ich kann ihn nicht halten. Ähm... Ich halte mich noch fest, renn mich. Das sieht ja gut aus. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch einfach nur ein ganz einfaches Rätsel. Ich glaube, wir müssen fünf Minuten warten, bis die Tipps kommen. Moment. Oh, guck mal hier. Oh, ähm... Also... Ja, und jetzt kannst du das drehen. Den Schalter, D? Oh, jetzt sag nicht, wer konnte das Dampf... Nein, nein, er hat erst was so weggemacht. Ich glaube, du musst auf die Eier ziehen. Jetzt ist es klinisch rein. Koscher sozusagen. Ey, die benutze ich noch mal... I? Ich weiß nicht, ob ich da schalte... Und dann... A nach links und D nach rechts. Ich bin schon voll am Schaltern, aber... Alter, am Schalter. Gib mir mal, ähm... So. Oh, warte, 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 warte. Kannst du den mal gerade machen? Ja, weiß ich, ich versuch's ja jetzt. Der Superfinger. Ja, ja, ich... Du bist zu schwer, du bist zu schwer. Ohne Schein. Wie bin ich zu schwer? Wieso kannst du keine Kackt... Ich, 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 keine Ahnung, das war... Ich weiß auch nicht. Nein, jetzt geh lieber nochmal hoch. Ja, geh am besten hoch, weil ich hätt's ja geschafft, weil... Allein das Kissen öffnen wird dich doch schon wieder umbringen. Oder deinen Rücken brechen. Also, was bekommen wir denn Schönes? Du hast ein Sammlergemälde gefunden. Ein Gemälde? Oh, ein Aho. Oh, schön. Und dafür sind wir jetzt verdammte drei Minuten, nee, vier Minuten und fünf Sekunden gestorben. Aber guckt euch das mal an, das sieht nach Unterwasserwelten aus. Ich glaub, wir können gespannt sein, dass es da noch kommt. Die verdammte halbe Welt hat dieses Spiel schon durchgespielt. Wahrscheinlich wissen die alle, was kommt, außer wir. Und? Die verdammte halbe Welt hat auch Myra's Edge schon durchgespielt. Stimmt. Du versuchst damit noch Quote zu machen. Willkommen bei An mir vorbeigegangen. Heute Train 2. Zweite Hälfte von Train 2. Du solltest den Wind erstmal wieder wegdrehen. Ja, aber der Wind... Das ist vielleicht einiges einfacher. Ich kann den nicht drehen. Doch, kann ich. Nein, du hast nicht. Dann stirbst du doch. Oh, nein. Nein, ich kontambiniere den Hack wieder. Die wachsen wieder. Warte, warte, warte. So, wieder hoch. Oh, ey, verdammt, ist der dumm. Achso, er. Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir auf. Okay, passt. Das ist nur ein... Kiss me, please. Oh, forget it. Wo brauchst du denn deine Kiste? Oh, oh, oh. Hier rutscht man runter. Ein Problem. Wir müssen noch links lang. Hier geht es lang. Bitte was? Hier. Oh. Oh. Nein. Oh, Spinne. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, einfach ein Sprünge. Ja, der Krieger kommt gleich. Ich bin noch so 50 Meter weg. Ah, zieht doch nicht damit auf mich. So. Okay, wahrscheinlich wiegt man hier runterrutschen, deswegen... Sollte man das unterlassen? Hey, ich kann mich da doch... Nee, kann ich nicht. Warte mal. Ein cleverer Gedanke. Kann man nicht, ähm... Nee, kann man nicht. Eine Pflanze? Was hat denn das da oben zu bedeuten? Ja, da kann man, glaube ich, Sachen reinstecken. Siehst du? Ah. Jetzt, guck mal, jetzt haben sich zum Beispiel die Dielen schon mal rüber. Naja, nicht ganz. Das wird nicht funktion- Warte, Moment. Nein. Lass das. Lass das mal. Doch, du kannst dich ja am Fastfest stoppen. Ja, ich mach dir hier einen zusätzlichen Punkt. Als ob. Jetzt kommt der Mario. Ja. Wie? Äh? Schau doch mal in deinen Skill. So, den ersten haben wir schon mal. Was machen wir mit dem Krieger? So. Der zweite ist ja... Komm, soll ich mal auf dem rollenden Fastpass... Auf die Kiste, ja. Ich kann dich nicht mehr halten, die haben das gepatcht. Ach, was ist... Das kann doch nicht sein. Ohne Scheiß. Ey, wie soll ich... Ich kann dich jetzt ernsthaft auch an Lösungen denken? Immer wenn du da drauf springst, ist... Ey, dann liegt das ja gar nicht an uns. Okay. Dann brauchen wir jetzt wirklich eine Lösung. Das ist ja... Kannst du denn die Diebin noch nehmen? Die ist doch leichter. Die Diebin kann ich, glaube ich, nehmen. Hä? Ja, aber... Aber, wie soll ich denn bitte? Ich bin doch völlig unfähig für alle. Ja, aber was wird da oben... Wir haben ja jetzt extra mal... Wir müssen einfach mal so ein bisschen, ähm... Ich sag mal, kreativer an die Sache rangehen. Also, wir haben ja jetzt hier... Halt, halt, ich hab die Idee. Was denn? Ganz easy, ganz easy. Guck mal, ähm... Ich würde dir jetzt gerade eine Figur malen. Aber guck mal, mein Hammer wird jetzt gleich da runterkugeln. So, und wo er hinrollt, das ist für die Speere. Da haust du jetzt mal irgendwie eine Planke oder so rein. Ach so. Weißt du? Ich glaube... Und dann können wir uns nämlich was bauen. Du meinst so? Ja, ich hab da eine Planke gemacht. Ja, das bringt zum Beispiel mal gar nichts. Ja, aber die Planken sind noch nicht ultra lang. Das ist doch nicht die verdammte Golden Gate Bridge. Ja, aber über die Planke können wir dann weiterarbeiten. Ach so. Ach so. Du sollst auch nicht die Golden Gate Planke bauen. So. Siehst du? Jetzt können wir hier schon mal so. Jetzt vielleicht noch ein Kistchen oder so? Kann ich eigentlich zwei Planken machen? Warte mal. Nein. Nein. Ah, warte, ich gehe nicht. Nee, nee, geht nicht. Doch, aber ich hab... Ich hab zwei... Nee, ich hab nur einen Punkt. Kann ich leider nicht. Warte mal, kannst du die Planke nicht rausnehmen? Ich kann doch noch ein bisschen gerade hinstellen, sodass man Kisten da draufstellen kann. Weißt du, so ein bisschen gerade da reindrücken. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter außen. Du kannst doch irgendwie drehen, oder? Ah ja. Nee. Da könnte eine Kiste schon drauf sein. Warte mal, da kann man doch einfach rüberspringen, oder nicht? Nein. Aber du könntest da vorne eine Kiste stellen. Ich kann doch zwei Planken machen. Warum? Warum? Zwei Objekte steht im Skitri. Guck mal hier. Wiebeln. Welcher Objekte? Entschuldigung, überragend intelligenter Kiste wieder angegangen hat. Verblendung. Also das... Okay, funktioniert. Einfach mal dumm springen. Das war echt... Lack. Wie machen willst du noch Klausch? Ja, wie was war das denn? Bin nur noch ich am Leben? Nee, Pinguin ist auch ein bisschen. Nein, nein, nein. Warte, ohnehin mal der erste. 1, 2, 3, Spuk. 1, 2, 3, Spuk. Was? Was? 1, 2, 3, Spuk. 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 Bring ein Pinguin nicht aus Rücken muss. Das ist ein weiterer. Da unten ist wieder was mit Pfeilen. Ich höre Monster. Ah, da. Guter Mann. Stirb. Oh, da muss ich auch. Stirb, Elender. Ja, ja, komm alle her. Ja, vereist sie dann. Ja, 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 ja. Hinter uns. Hilfe. Wer geht noch hinter uns? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich komme. Ich bin draußen wie eine Landebahn. Bitte was? Oh, was geht ab? Was geht ab? Das sind Rapskates, das sagt man so. Du bist alleine auf die Irlande waren. Das ist ein schlechter wie Vergleich. Ne, ich bin draußen wie ein Dixi-Klo, zum Beispiel. Ich hab heute einen schönen Vergleich gehört. Fettarme Milch hat mehr Prozente als die FDP. Den fand ich gar nicht schlecht. Aber gut, Politik gehört nicht eher. Willst du mich nochmal zurücklaufen? Ich könnte ja jetzt auch ein paar Vergleiche nennen, aber die sind alle aus solchen zwielichtigen Rap-Texten und dann würden die Leute mich einfach falsch einschätzen. Ja. Ähm, ich bin da an das Ding. Ich krieg die Kiste nicht umgeschmissen. Alter, guck dir mal den Hintergrund an. Jetzt wird das Spiel auf einmal dreidimensional. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass ich die Kiste da nicht umschließen kann. Deprimieren. Ja, hol Jungs. Du bist auch ein baum. Du stirbst, Junge. Lebe und bitte wieder. Du wirst sterben. Du musst immer mitzählen. Nein. Ich wusste, dass ich mit so viel HP überleben werde. Da ist ein Checkpoint. Checkpoint. Oh, da ist eine Gegritzer. Mit Wasser. Ja, da ist ein Checkpoint. Oh, ich stirbst. War das denn? Ich hab dich sterben sehen. Auf jeden Fall hier Wasser. Flashpingling. Verdammt, wie heißt das? Wolltest wir mal den Wassermann probieren? Das Kram mit Wasser. Ja, klar wollen wir uns mit dem Wasser probieren. Auf jeden Fall. Hilft dein Einsatz. Alles klar, Bepp. Boss. Warte mal, wenn ich das so mache, dann kommt es schon mal da raus. Ja, ich... Und das heißt, ich könnte... Ja, ich... Hier hin, wo es glitzert. Mit einer Planke. Wo glitzert es denn? Ah, glitzert. Hier beim Checkpoint. Oh, nein. Bin ich ja völlig falsch. Ja, aber da kann ich keine Planke zwischenhauen. Ich glaube, die ist ein bisschen kurz. Die ist... Das ist meine reguläre Norm nach... Die ist größer. Weißt du? Ach, stimmt. Warte mal, Melf macht alles kaputt. Ah, okay. Mach, mach, Melf. Ja, guck mal, Melf ist was raus, ne? Mach mich alles kaputt. Wie hast du's getan? Bin ja immer kontraproduziert. Super. Weiter, weiter, weiter. Mehr Wasser. Mehr Wasser. Nein. Jetzt ist der dicke, fette Krieger auf die Planke gestiegen. Nein, nein, nein. Wo bin ich denn jetzt? Bin mal die... Bin nochmal die mit dem fetten Arsch hingewinnt. Also, so. Fakt ist, ich kann auch nicht auf die Planke stehen. Okay, ich... Guck. Ich wollte eigentlich... Jetzt nochmal Michael. Die Planke nach rechts drehen und bin aus dem Bild gelaufen. Weil es die selbe Taste ist. So. Ich kann dich nicht tragen, Melf. Du darfst es nicht mehr tun. Arsch. Ich darfst... Ja, okay. Dann wird... Dann wird meine Hand... Hier, plankiere. Ich... Ich muss mich hier dranhängen. Aber das funktioniert auch irgendwie nicht. Warte mal. Die ganze Zeit. Mach das mal, wie Melf das gerade gemacht hat. Keine Ahnung, was er getan hat. Ja, das funktioniert irgendwie immer noch ein bisschen. Ja, das wird reichen. Nein! Doch. Es wird reichen. Glaub. Da kommt kein Wasser. Ja, weil ich tot bin. Ich... Oh, warte. Ich bin tot. Ich übernehme. Ich komme nicht vorbei. Ich bin tot. 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 Achso, jetzt. So, Achtung. Warte, ich klem das Ding jetzt nochmal dazwischen. Jetzt drücke ich D. Da ist echt eine schöne Konstruktion mit deinen Plattenheb. So, sag bereit, wenn du Bescheid bist. Äh, du hast Bescheid. Du bist bereit. Alles klar. Kann losgehen. Watson. Nein, nein, nein. Verdammt, du hast es kaputt gemacht. Warum hältst du sie nicht fest? Warum hast du sie nicht fest? Nein, es geht nicht. Ich halte das doch. Ich kann... Es gibt doch noch keinen Knopf für Fester festhalten. Ich kann doch einfach nur rechts klicken. Erzähl doch kein Ruh. Achtung. Was ist los? Achtung. Ja, warte. Auf die Plätze. Fertig. 3, 2, 1. Ich habe jetzt noch so eine Unterkonstruktion gebaut. Es hat geklemmt. Du hast es verklemmt. Nochmal. Mach mal nochmal. Aber nicht sogar zu dumm zu bespringen. Oh, was machst du denn da? Alter. Was ist los? Wir haben übrigens jetzt schon über 12 Minuten. Ich würde jetzt... Oh, nein. Ja, gut. Das reicht. Ja. Das reicht nicht. Es hat geglitzert. Warte mal, bleib einfach mal so drauf. Ich kann das ja auch einfach... Oh, Mann. Ey. Oh, Mann. Auch mal so. Aber das war nur wegen der Querplanke. Und das ist jetzt nicht gegangen. Wir gehen dann jetzt nochmal eben kurz hoch. Ich glaube, die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden. Das gibt es doch gar nicht. Also, ich werde auch gerne hoch. Aber leider... Da ist so ein Fass. Da werde ich dran. Moment. Warte mal. Oh, yeah. Kann ich hochziehen? Oh. Okay, hier ist dann nur irgendwie so Stein, dass der Krieger kaputt macht. Ich glaube, das ist alles total überpowered Planken-mäßig hier am Stein. Das geht nicht. Nee, hier gibt es gar nichts mehr. Wir können den normalen Weg gehen. Hier geht es dann nur noch runter. Also, was ist das wichtig? Warum zum Teufel haben wir dann diese ganze Wassergeschichte gemacht? Für drei so Glitzerkugeln. Oh. Sorry. Kein Problem. Ich wäre anders nicht runtergekommen. Super. Ich bin mich zu dick. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin tot. Guck mal, da unten bewegt sich auch. Was siehst du, dass ich den Stein... Nee, das kann ich auch wieder kaputt machen. Ich hoffe, ich mache nicht böse mit Flash. Und das brauchen wir auch, um da unten hinzukommen, Leute. Anders geht es ja nämlich gar nicht. Doch, außenrum. Ja, aber außenrum geht es nicht. Warte, warte, warte. Kappen wir es nicht jetzt? Ja. Das wollte ich auch noch probieren. Achso. Da ist doch wieder so eine... Wir haben jetzt den Stein und links. Geh nochmal zu dem Checkpoint, weil ich... Oh, ja. Drück mich mal gegen an. Komm hier. Jetzt werde ich mal... Ach, das funktioniert. So. Ja, und jetzt macht ihr den Hebel. Aber erst wenn die Links weg ist. Ja, wie soll ich das denn... Ja, wir brauchen zwei Leute dafür. Der eine blockt dann, der andere zieht den Hebel. Ja, warte, ich versuche mit einer Doppelkisten-Planken-Konstruktion das Ganze irgendwie... Ja, nicht auf, nicht drauf. Warte, warte, warte. Du kannst doch einfach mich wiederbeleben. Nein, nein, das wäre zu einfach. Warte mal ganz kurz. Einfach, ich will das einfach kurz zeigen. Du kannst nun zwei Objekte haben, ne? Und mit Objekten sind es sowohl planken als auch. Okay, ich belebe dich wieder. Oh. Warte mal, da komme ich doch auch rüber locker. Ne, wir müssen jetzt so. Egal. Achso, okay. Ja, wir waren einfach besser als das Spiel gedacht hat. So, jetzt gucken wir uns das hier nochmal eben an. Das lesen wir nochmal eben kurz. So, liebe Rosie, es tut mir leid, dass ich nicht bemerkt habe, wie du diese Feier verlassen hast. Herzlichen Glückwunsch zum 16. meine Liebe. Gehen wir morgen durch die geheime Höhle in den Wald. Isabel. So, und ob ihr sehen wollt, dass wir in den Wald gehen mit einer 16-Jährigen, dann... So kann ich das nicht stehen lassen. Nein, wir haben jetzt halt schon ziemlich lange gemacht. Und, ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann... Ja, in zwei Monaten? Genau, so, gegen Juli. Machen wir den Rhythmus. So was um den Dreh wieder. Nein, ich mache, wir spielen noch ein bisschen. Ich drücke jetzt einfach nochmal hier auf Stoppen und auf Cut und wir sehen uns in der nächsten News wieder, weil die Folge war ja schon relativ lang und deswegen werde ich da eine einzelne News rausmachen und dann sehen wir uns in der nächsten News wieder, die garantiert einmal pro Woche kommt. Versprochen. Zwinker, zwinker. So, Cut. So, wie geht es? Jetzt geht das. So, ich wiedertrack.